Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zum vorläufigen Abschluss der Algorithmen- und Datenstrukturen-Reihe. Ja, ich danke euch, dass ihr so lange dabei wart. Das ist schon mal ein sehr, sehr großes Ding. Und ja, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, dass ihr immer noch hier dabei seid, immer noch zuguckt. Und ich freue mich, dass so viele so lange dabei waren. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie viele es sein werden, aber ich bin jedes Mal beeindruckt, wie viele Leute eigentlich am Ende immer noch dabei sind. Und ja, vielen Dank, dass ihr so lange dabei seid. Und natürlich auch vor allem herzlichen Glückwunsch an euch, denn ihr seid wirklich weit gekommen. Aber was der große Punkt hier jetzt in diesem Video ist, und ich weiß, das ist normalerweise ungewöhnlich. Ich mache normalerweise keine beendenden Videos zu einer Serie. Das ist ein, naja, offenes Ende sozusagen. Ich mache das jetzt mal wie Netflix, ja. Ich warte, ob Bedarf besteht und dann liefere ich eine zweite Staffel nach. Nein, nicht ganz zumindest. Und zwar, ja, ich werde weitere Videos bringen. Ich kann euch aber nicht sagen, wann. Das wird auf Anfrage geschehen. Das heißt, wenn mir jemand sagt, hey, wir behandeln in der Schule gerade Algorithmus XY und ich habe den nicht verstanden, dann ist das für mich ein wichtiges Zeichen, dass ich diesen Algorithmus natürlich bringen sollte. Weil, wenn er in der Schule behandelt wird, dann besteht da natürlich Bedarf, dass er geklärt wird. Aber wenn ich jetzt hier 50 verschiedene Algorithmen beschreibe oder zeige, die eigentlich quasi dasselbe tun, dann wird früher oder später, nehme ich mal an, das Interesse absolut weichen. Deswegen möchte ich hier tatsächlich regelmäßig ungefähr einmal im Monat im Schnitt, Achtung, das heißt, es kann mal einen Monat, zwei oder drei Videos geben, dafür mal ein oder zwei Monate gar nichts, ähm, grob. Vielleicht wird es auch häufiger, vielleicht wird es seltener, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber zumindest grob einmal im Monat möchte ich eigentlich ein neues Video bringen. Und ja, der Grund ist einfach, ich möchte hier tatsächlich, ich kann keinen Vollständigkeitsanspruch erheben auf Algorithmen und Datenstrukturen. Mir fallen auf Anhieb mindestens noch fünf Datenstrukturen ein, die wir noch nicht behandelt haben, die kleine Modifikationen sind von den Datenstrukturen, die wir behandelt haben bisher. Und mir fallen auf Anhieb locker 20 Algorithmen ein, von denen mindestens die Hälfte hier reinpasst und einige in eine andere Serie von mir reinpassen. Es gibt einfach so viele Algorithmen und ja, ich weiß, es gibt nicht wirklich unendlich viele Algorithmen. Es gibt nur beschränkt viele Algorithmen, aber gefühlt sind es unendlich viele, für die Leute, die jetzt hier gerade mal wieder meinen, sie müssen mich da zurechtweisen. Ähm, genau. Also, was auf jeden Fall ein Ziel von mir ist, ist, ich möchte auf euer Feedback eingeben. Das heißt, wollt ihr mehr oder weniger von Beweisen, Laufzeitanalysen, Algorithmen, Datenstrukturen, Codebeispielen oder irgendwas anderes. Ich möchte tatsächlich, dass ihr mir jetzt Feedback gebt, in welcher Form auch immer. Oder irgendwann anders, gebt mir gerne Feedback, wenn ihr dieses Video seht oder wenn ihr einfach eines der kommenden Videos seht. Wenn ihr irgendwann eine Idee habt, was dringend noch gebraucht wird in dieser Reihe, was wirklich wichtig ist für alle Leute, dann, ja, möchte ich das natürlich nachreichen. Und ich möchte auch ein bisschen natürlich auch auf meine Interessen irgendwie gucken, weil, ja, vielleicht finde ich ja einen Algorithmus, der mich fasziniert und den ich ganz gerne vorstellen möchte. Wir haben immer noch nicht wirklich ein Let's Read hier drin gehabt, also Let's Read Code. Das fehlt noch ein bisschen, weil ich bisher die Algorithmen immer selber geschrieben habe. Und ich könnte mir locker vorstellen, dass diese Serie hier irgendwann mal über 100 bis 200 Videos umfasst. Das ist absolut kein Problem bei so einem riesigen Thema. Aber natürlich ist auch wichtig, dass ich euch nicht langweile und trotzdem immer interessanten Stuff liefere. Deswegen, ich möchte auch vielleicht mehr in Richtung von dem gehen, was wir da gesehen haben mit dem Labyrinth. Also zum Beispiel eben Tiefensuche, damit man im Labyrinth möglichst schnelle Lösungen findet. Solche Sachen, finde ich, sind eigentlich sehr schön anschaulich und sehr praktisch auch. Und dementsprechend möchte ich auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Aber, wie gesagt, es kommt natürlich auch auf euer Feedback drauf an. Und wenn ihr mir sagt, hey, wir haben jetzt zum Beispiel den A-Stern-Algorithmus gemacht, das ist übrigens ein Algorithmus, den ich auf jeden Fall noch vorstellen möchte, und ich habe den noch nicht vorgestellt, dann reiche ich den natürlich möglichst bald nach. Ja, das war es erstmal von mir für Algorithmen und Datenstrukturen. Bitte, bitte gebt mir euer Feedback. Lasst mir, was auch immer, in welcher Form auch immer ihr das haben wollt, Feedback da. Und dann kann ich das nachreichen. Gut, das war es von meiner Seite und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht. Ich freue mich schon drauf und bis dann. Ciao! 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 Ciao!